Guten Tag, hier spricht Witter, euer Peter Gaming und weiter geht's und jetzt redet man mal mit dem Loki. Okay, und der Freund hier. Genau. Okay, nicht gut, Lopi, nicht gut, der Lopi. Von den meisten werde ich Baumeister genannt. Deinen Namen, nicht dein Handwerk. Falls ich einen anderen Namen habe, so erinnere ich mich nicht. Man nennt mich Baumeister, seitdem ich Dinge baue. Wieso kommst du nun nach Asgard? Um mein verletztes Ego zu streicheln, ich geb's zu. Die Jettner wussten meine Kunst nicht zu schätzen. Und du dachtest, in Asgard wäre das anders? War es falsch von mir, zu glauben, dass du und die Deinen über grenzenlose Weisheit verfügen und eine solch seltene Gelegenheit erkennen würden? Harvey, wenn dir jemand ein Pferd schenkt, dann reite es. Durch diesen hier würde ich Zornzeug anlegen. Stimmt das, Baumeister? Bist du ein geschenkter Gaul oder ein geheimer Flug? Hoffentlich das Erste. Weder noch, Abi. Ich bin nur ein Werkzeug, das hofft, anständig eingesetzt zu werden. Dieses Portal bereitet uns schon seit einiger Zeit Kummer. Ich will, dass es versiegelt wird. Mit Verlaub, dies ist nicht der einzige Zugang der Jettner nach Asgard. Dürfte ich eine umfassendere Lösung vorschlagen? Okay, wird geirrt. Und was willst du im Austausch für diesen Schild, abgesehen von deiner Freiheit? Darüber muss ich nachdenken, und zwar sehr gründlich. Es wäre schließlich keine leichte Aufgabe, und ich habe einen Ruf zu hören. Wenn ihr zweifelt, könnte ich euch eine Kostprobe geben. Eine Kostprobe, ja. Und wenn er uns nicht beeindruckt, dann hissen wir seine Haut als Segel. Hält's ab. Ist ein gutes Angebot, oder? Ich nehme an. Mit einer letzten Bedingung. Ich brauche dafür Wasser aus eurer Schicksalsquelle. Du weißt von unserem heiligen Brunnen? Es ist ein Ort großer Macht und lebendiger Magie. Ein quellgeistiger Kraft. Dieses Wasser wird eurem Schild seine Stärke verleihen. Okay. Ich hole das Wasser, Havi. Er darf unsere heiligen Stätten nicht betreten. Loki, warte! Ich gehe zur Quelle. Du suchst diesem Baumeister eine Lichtung für seine Vorführung. Nein, das ist kein Problem, Havi. Ich finde das Dunkle und Feuchte sehr anziehend. Du gehst mit dem Baumeister. Berichte dann in der großen Halle von unseren nächsten Schritten. Ja, Loki ist jetzt so... Oh ja, oh ja. Wie du befiehlst. Ein interessantes Angebot. Ein merkwürdiger Zufall. Okay, wir können hier weitermachen, Leute. Oder wir können hier weitermachen. Oh, ja, stimmt. Aber ich würde fast sagen, wir können hier weitermachen, Leute. Wir sind ja eh... So haben wir noch was verkehrt. Wir können ja die Dinger mal nochmal gucken, ob wir mal hinkommen, während wir da hinreisen, Leute. So würde ich sagen, Leute. Das war zumindest, äh, mal ein bisschen noch weiter hier noch. Würde ich sagen, dass wir noch gucken, wie noch ein bisschen... Würde ich sagen, dass wir noch ein bisschen hier bleiben, vielleicht finden wir noch ein paar. Und vielleicht können wir ja noch ein bisschen hier Aufgaben lösen, wenn wir hier rumlaufen. Ein bisschen, äh... Level können wir ja natürlich hier auch wählen, Leute. Also ich sage immer, gut, wenn wir noch ein bisschen schön leveln können, ein wenig. Und dann schauen wir mal, wenn wir noch ein bisschen schön... Lass mal da zum Weg, wir können ja zum Weg die Dinger an uns holen. Aber ich finde, dass wir jetzt ab und zu mal so... Aber ich bin immer richtig gespannt mit Loki. Was passiert mit Loki? Okay, wir müssen so ruhig da hinbekommen. Ah. Oh, ne Schmiede. Das ist jetzt auch cool. Da haben wir mal so... Also rein... Okay, dann gucken wir mal, Leute, was wir hier in der Schmiede so zu erleben haben. Erleben. Aber wir brauchen... Wir wollen hier noch ein bisschen die... Na, vielleicht können wir hier auch ein paar gute Waffen bauen. Kann man mit dem Regen... Ne, es sieht doch netter nach außen. Oh, Alter, das ist immer mal weit runter da. In der Schmiede, das hört es, gucken wir mal. Ob man die Anna reicht, will man noch finden. Hier die zwei hier in dem Gebiet. Na geht's. Oh. menor. young' und geht's, geht's, mphunkertaus, Okay, den haben wir jetzt. Okay, den haben wir jetzt, dann wird es immer besser, Leute, wenn wir immer weniger von den Dinger und so, Leute. Ich bin gespannt, Leute, was mir hier noch mit der Schmiede passiert, Leute. Bin ich mal gespannt, was noch mit der, äh, so, die, die nächste Ding haben wir jetzt auch gefunden. Es wird weniger, Leute, es wird hier weniger. Es wird, es wird weniger hier mehr stehen. Es sind nicht, dumm ist man jetzt noch hier. So, jetzt gucken wir mal, wo das sein könnte nochmal holen. Mal drüber haben wir ja, oder wenn wir nicht mal holen. Eine Schmiede braucht klares Wasser, Leute. Eine Schmiede braucht klares Wasser, das ist immer wichtig. Okay, warte, wo die, das Teil ist, dann bin ich mal... Okay, da muss man mal gucken, ob man da hochkommt, irgendwie. Wir müssen gucken, wie man irgendwie da hinkommt, weil das ist dann, so viel fehlt ja nicht mehr. Okay, jetzt gucken wir mal, ob man da irgendwo einen Eingang finden, Leute. Aber es muss ja irgendwo hier einen Eingang geben. Es muss ja irgendwo hier einen Eingang geben, weil sonst wüsst man echt nicht, wo du noch was sagst. Wir brauchen nur die Höhle und dann müssen wir gucken, ob man da irgendwie reinkommt. Es ist bestimmt irgendwo eine Höhle in der Höhle. Wo ja nicht... Wo ja nicht viel fehlt, Leute. Ich finde nur 100 Meter nach oben, Leute. Okay, da drin ist das Ding. Okay, da drin ist das Ding. Wir müssen doch, dass man zumindest hier das, die hier so viel gleich wie möglich die Tränen benutzen können, Leute. Wo ja nicht gut sind, Leute. Gucken wir mal, wie wir da hinten überkommen, Leute. Wenn wir das Ding haben, okay. Okay, das heißt, wir müssen da hochkommen. Ich hätte mir eigentlich denken können, dass man da hochkommen könnte, aber es sah nicht so aus, dass man da hochkommt, leider nicht, Leute, das ist ein bisschen schade. Okay, nein, 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 nein. Okay, das rumpft mir auch nicht runter. Okay, wir gucken, ob wir da hochkommen, Leute. Okay, da kommen wir mal nicht hoch, das heißt, wir müssen wahrscheinlich so hoch, Leute. Also, das ist ein bisschen komisch, aber das wollen wir natürlich versuchen zu kriegen, didn't know oder? Oh, hier ist ein bisschen loiler. Alter, wie kommt man? Soll man es doch? Oder gucken wir mal den Weg? Da müssen wir uns jetzt ein bisschen gucken, wie wir da hochkommen, Leute. Weil die Dinger, so kippst bestimmt, wenn wir die Dinger fahren. Warte, gucken wir mal, ob wir da irgendwie hochkommen, Leute. Hä, wie soll man da hinkommen? Wieso man da hinkommen, Leute? Es ist echt schwierig. Es ist echt schwierig, Leute. Wie soll man da hinkommen? Ja, wie soll man da? Wann kommt man hier hin und man müsste wirklich auf das Ding kommen, Leute, auf die, ähm... Ah, ich glaub, ich könnt's mal ahnen, wie es funktioniert. Könnt man ahnen, wie es funktionieren könnte. Könnt man vielleicht ahnen, wie es funktionieren könnte, aber ich bin... Das testen wir jetzt mal schon... Weil es würd ich gern... Das müsste ja so sein, äh... Weil es könnte sein, die so makel man sonst. Gäbs noch einen anderen Weg, wie ich finde, aber ob man da so kommt, werden wir sehen. Nein. Nein. Okay, Leute, somit sagt für heute, euer Peter Gaming, tschüss, bis dann und PG bis die...